Eine Schliem-Insel. Haben wir eigentlich dieses komische Gebiet, dieses verseuchte Gebiet auch hier? Ja. Das ist auch hier drin. Ich hab mich meine schon umgeguckt gehabt, generell. Matt, wofür war das? I don't know. Nö. Du steckst mir die Nahnung, oder? Penis? Nein, noch eine kaputt. Ach, daraus kannst du auch Matschersplade machen. Matsch. Ja, Matsch. Wix kannst du daraus machen. Kannst daraus Werkzeuge machen. Mach mir eine Matschrüstung jetzt. Ey, wo hab ich denn letztes Mal wirklich wieder? Zack, zack. Schon wieder eine halbe Stunde. Übertreiben einfach mal. Why not? Hm? Übertreiben einfach mal. Why not? 2 Stunden. 2 Stunden. Ja. So, womit können wir uns jetzt befaschen? Befaschen, befaschen. Ich hab ne Matschrüstung! Yay! Yay! Das ist so scheiße alles, ehrlich. Yeah, Matschman! Ja, du bist eindeutig Matschman. Ja, du bist eindeutig Matschman. Das weißt auf jeden Fall nen Folgennamen. Matschmaaaaannnnn! Nö! Oder? Warte mal, Sack wie... Entenscheiße? Was? Nix. Hast du gerade Entenkacke gefunden? Ja. Hast du gerade Entenkacke gefunden? Er will dir elf? Ja. Ich hab ne Matschrüstung. Was hast du? Ne Matschrüstung. Matschrüstung. Da kannst du den Rutschkasten holen. Wo hast du denn den Rutschkasten eingepackt? Was? Den Juicer, wo hast du denn? Äh, in der einzelnen Kiste unten rechts. Okay, ja. Komm schon. Lilly Nightwin, hallo. Wie geht's dir? Weil ich glaube, ich mach irgendwie eine Crafting... Also so ein Crafting-Theorie-Sachen drin bleiben. Hm? Mach ich nicht. Äh, packe ich mit dem Juicer drin neben das Feld und dann... Na, kann man auch. Was ist das denn hier? Ah, da kann man... Ground machen, okay, und dann... Kiwi! Ich glaube, was man für Rezepte macht... Ist das Nutella? Das ist Nutella! Man kann Nutella herstellen! Ja, man kann einiges machen. Ja, da braucht man Butter, Milchbottel und Coca. Und Butter macht man aus... Heavy Cream und Salt. Ich hab ein bisschen Essen. Zum Anpflanzen wieder. Ich glaube, wir haben keine Essensprobleme mehr. Ja, aber andere Sachen. WTF. Ja, wegen nügelbunden Abendshaus hinten. Weil wir alles mögliche machen kannst. Ja. Oh, wir haben drei Betten, cool. Da können wir so ein Restaurantsystem aufbauen. Ja, mit Computer-Craft! Heute möchte ich gern Pommes haben. Davon hast du letztens auch schon geredet. Ich find' das voll geil! Ähm... Kann ich den Reds... Ist das ein Redstorm-Furnace oder... Ein Polariser? Ja, ist ein Polariser. Ich wollt' noch ein Redstorm-Furnace machen, aber jetzt wollte ich erstmal Holz sammeln, damit ich Holzkohle machen kann, etc. Damit wir so allgemein ein bisschen jetzt... Wispin... Wispin... Flash... Nee. Boah, die Matsch-Rüstung hat zwei Rüstungs-Dinger nur. Egal, besser als nicht. Ja. Ich hab auch nur so eine Ketten-Rüstung, die ich Lenny abgezogen hab. Ja, und ich hab nur so ne komische Leder-Pants. Die ich vom WTF bekommen hab. Und ich hab'n so viel Schwert. Ja, und die hat mir auch gezogen. Ja, wir ziehen uns gegenseitig aber alles ab. Nein! Mein Sofa! Sessel! Nicht abhauen! Du bist tot. Hä? Peridot. Dort. Ach, Peridot. Ich dachte nur so, hä, du bist tot. Du bist in die Periode. Ja, das war mir klar, Zendus. Hier, WTF? Bei dir kommt's auch alle Tage wieder, ne? Alle Tage wieder. Korkatzen, Dost, Dost, Dost. Ja, ich schlieg im Bett, oder? WTF? Einen Schall! Achso, eins von drei. Okay, es funktioniert. Warte, ich bin unterwegs! Der Mod ist da. Ja, aber eigentlich ist das doch schon Standard, dass der Mod drauf ist. Mensch, ich bin unterwegs! Jungs! Jungs! Schlieg im Bett schon! Henn mit Scheusschen! Auseinandernehm! Oh, das war aber mein Bett. Da hab ich mich schon reingekuschelt. Egal. Ja, da hab ich schon reingepuppt. Da hab ich schon reingepuppt. Da hab ich schon reingepuppt. Wir müssen doch unsere Köpfe übers Bett nehmen. Da hab ich voll reingepuppt, doch. Ja. Ich hab Lenny's guckt. Wacky, Wacky! Das ist ein Skelett. Du bist schon gewundert, warum ich grad geflogen bin. Achso, du machst... Achso, okay, das funktioniert jetzt schon. Ja. Warte mal, darf ich mir vier Kohle rausnehmen? Dann mach ich jetzt Charcoal. Na klar. Und aus der Charcoal machen wir dann einfach... Brennen wir die weiter. Weil die Kohle eigentlich wichtiger ist. Ja, ich hab die aber nur erstmal benutzt. Achso, warte mal. Dann nehm ich die raus hier. Weil ich finde, reine Kohle ist wichtiger. Reine Kohle? Ja. Konnte man nicht aus Wolle eigentlich auch wieder Sphinx machen? War das nicht so? Äh... Ja, ja. Ne, ich glaub mit dem Pulverweiser oder nicht. Ja, damit glaub ich auch. Ich glaub mit dem Pulverweiser geht's auch. Dann schlachte ich die Schafe, die ich unterwegs finde. Weil die geben doch auch Keulen. Ja, stimmt. Aber ich glaub nicht so... nicht so häufig. Ja, aber ist egal. Warte. Bin aus der... Oder brauchen wir die hier irgendwo, ne? Also kann man die auch schlachten. Wir benötigen eine neue App zum Öffnen von Calculator. Sag sich, hab schon wieder keinen Platz mehr? Kein Minus. Warte. Ich hab doch ein bisschen Kohle mitgefahren. Ich hab mich nicht mitgenommen. Ja, jetzt... Kohle! Kohle, 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 Kohle! Wir sind 20. dann geht dann okay ich mache das mit der haus also ich würde sagen dass wir 64 den grund also hier den grund lassen dann würde ich sagen die smelt die ungefähr hier also hier die mitte oder ja hier die mit wo ich stehe ich mache jetzt einen größeren grund da machen wir dass du da schon weiß ich nicht irgendwie stones hinbaust oder so clean stones weißt du ja okay ich habe noch zwei dann hast du dreimal drei her und dann machst du rand einmal clean stone drum und den rest machst du dann schaupassen die schere bräuchte ich nicht aber dafür tue die äpfel wieder raus wo ist der juicer? der juicer ist im crafting table ja auch mit messerware hast du an der farbe oder was? ja ja an dem dm thread mit pulverweiser kriegst du vier stück raus aus der wolle so, oh nice wenn man die in den mana infusion reinschmeißt dann kriegt man drei stück raus gut, jetzt nehme ich erstmal die ganzen beere mit, mach mir juice daraus und geh mal noch mal minen hab ich noch? nein, nicht weinen nein, weinen heute nicht mehr oh der juicer ist voll ok ja ist er auch, aber ist doch geil ja so, hier noch eine schaufel zwei schaufeln reichen so, die kohle brennt das ist unser kassentable für was? ach, ich muss jetzt einfach beides machen wir mal so tun wir die kohle rein, dann kann die Charcoal brennen die dritte die dritte das ist ein bisschen blöd was ist das du blöd bist? ja man